Puh, Europawahlen. Bei den Wahlergebnissen am letzten Sonntag mussten wir uns alle erst einmal kurz schütteln. Aber wir versuchen ja in allem das Positive zu sehen. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler haben am letzten Sonntag ihre Stimme proeuropäischen Parteien gegeben, trotz der erschreckenden Zugewinne von rechtsextremistischen Parteien. Eine Mehrheit für proeuropäische Parteien ist deshalb besonders wichtig, weil wir wissen alle, nur wenn die EU stark ist und der EU-Binnenmarkt stark ist, kann auch die deutsche Wirtschaft erfolgreich und wettbewerbsfähig sein. Dabei gilt die alte Erkenntnis, die Wirtschaft in Deutschland und in Europa ist nur dann stark, wenn auch der Energiesektor stark ist. Wir fordern daher alle proeuropäischen Parteien im EU-Parlament auf, zügig stabile Mehrheiten zu bilden, damit die wichtigen EU-Projekte im Energiesektor zügig vorangetrieben werden können. Insbesondere beim Klimaschutz müssen wir Kurs halten. Der Green Deal war ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit in die richtige Richtung. Unser Appell geht vor allem an die EVP im EU-Parlament. Keine Absetzbewegung vom Green Deal, kein Verwässern der Ziele. Denn vergessen wir eines nicht, der Green Deal dient neben dem Erreichen der Klimaziele auch der Verringerung der Abhängigkeit im Energiesektor der Europäischen Union. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der parallele Ausbau der europaweiten Energieinfrastruktur stärken die Nutzung eigener europäischer Energiequellen und verringern unsere Energieabhängigkeit. So geht Europa.